So, die Einstürme mal kurz, ich kann mich daran erinnern, dass dort wahrscheinlich in der Lobby dann. Oha, hier sehen wir schon den. Jetzt auch neue Farben, ich habe lange nicht mehr Mangas gespielt, ohne Bots vor allem. Ich bin noch braun. Ein Pferdoutfit ist ja irgendwie so fantastisch. Die Krone brauchen wir natürlich. Achso, ja. Das wird nicht viel bringen. Ja. Das Pads, da haben wir leider irgendwie gelöscht, irgendwie die Pads, die ich schon gekauft habe. Finde ich auch so, finde ich auch blöd, keine Ahnung warum. Dann haben wir hier, okay, haben wir den Twitch-Pad. Dann würde ich mal reingehen ins Online. Erstmal versuchen wir zu hosten, was zu machen. Dann kann man jemand, vielleicht schafft es mal jemand reinzukommen. machen wir einmal Polos und MR Schiff, würde ich sagen. Wenn 15 Leute reinkommen, dann 15 Leute. Deutsche uns geht. Ja. Machen wir den, glaube ich, auf. Hier steht der Code auch drin. Also wenn er, wenn er wollte, das ist, ich würde ihn gerne mal ausblenden. Ähm, wenn ihr jetzt gesehen habt und reinkommen wollt. Ja gut, was so ist. Ähm. Ist halt auch nicht so wichtig. Gibt's ja, ähm. Streamer-Modus. Ist da. Boah, da ist drum. Ähm. Ähm. Ist der Code könnte auch wenn ihr wollt. Jetzt haben wir hier, also hier ist die Klamottenkiste. Speed mal hochstellen. Player Speed. Dann kann ich euch grad mal zeigen, wie das aussieht. Wunderschöner Polscherz, wie ich finde. Ganz Pferdchen hier. Sogar das Kleiden funktioniert noch. Das ist üblicher. Ja, ich würde dann mal. Ich würde mal durch den öffentlichen Lobby gehen. Bevor ich hier nicht warte. Ähm. Ich finde das mal in Deutschland, glaube ich. Natürlich nicht. Zwei Impostors. Ah, hier haben wir welcher. genug Deutsch, Schloss Candy, Goku, Julia. Ähm. Finden wir mal irgendwas mit Airship. Wird eigentlich Airship und Polos. Da spielt er eine Polos mit. Zu zweit. Ach so. Richtig. Der Code steht unten, falls er so reinkommen wollte. In seinem Lobby. Das ist schön, wie die mit ihrem Hinterruf. 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 Ding. Ich werde jetzt hier noch, ich werde noch gucken, ob ich einer, wenn nicht dann in Englisch. Sprichere Englisch. Sprichere Englisch. Scheiße. Aber einfach die Regel, dass es ein Deutsch-Chatt ist. Das ist ein Deutsch-Chatt ist. Da kommt Leute. Und sonst wo. Ah ja. Ich finde es, ich glaube, wie er das empfüllt. Normalerweise würde ich sagen, lass uns warten. Wenn man mit 10 wäre schon. 10 wäre schon schön. Unter 10 macht es natürlich Sinn. 15 wäre es auch. Ah. Jetzt startet er wieder mit 7. Dann ist die Runde jetzt schneller vorbei. Mit zwei Imposters und mit 10 Leuten. Was soll man dazu sagen? Das ist ja relativ schnell vorbei hier. Ich bin Tumate, oder? Oh, schöner Pferdesound. Und ich bin tot. Ja, gut. RIP. Das macht mit Randoms immer so viel Spaß, weil die sich immer... Das ist immer... So patscht. Das ist... Weiß. Das ist... Das ist weiß beschuldigt, schwarz und schwarz beschuldigt, weiß. Und das ist wieder alles. Das ist halt... Das macht so großartig Spaß, mit Randoms zu spielen. Das ist einfach... Among Us mit Randoms macht absolut ganz Sinn. Ich wollte ja jetzt nur heute mal... Es ist schwer jetzt auch nicht ernsthaft jetzt mal... Ich wollte ja nun mal den Pferdemodus hier am 1. April 2022 mal präsentieren. Darum ging es mir mehr. Ja... Jetzt kommen wir hochlich gegenseitig raus. Ja... Among Us Pro. Wir müssen noch noten. Ich glaube Among Us Pro kriegt es nicht gemacht. Ich habe jetzt das Voting System noch nicht so richtig. Hm. So. Da war es noch einer. Wahrscheinlich der andere. Oh. Ich bin ein... Ich bin ein Pegasus-Pferd. Ich bin ein Pegasus-Pferd. Ich bin ein paar Tasks. Ich bin ein Pegasus-Pferd. hab ich mir ethernet verufen. Ich bin ein Pegasus-Pferd-Free-Pferd. Ich bin ein Pegasus-Pferd. Oder ich habe das noch nicht mehr. Ich bin ein Pegasus-Pferd. Oder was auch immer das hier zu bedeuten hat. Ok, lasst uns jetzt noch eine Lobby... Ah, hier haben wir eine Lobby... ...mit die Arsche befinden. Lost, das klingt doch gut. Da passt ich doch rein. Wieder zu 6. Das hat keinen Zweck hier. Zu 5. Fühlen wir jetzt. Mit 2 Impostors. Es macht halt auch wirklich nur Spaß. Among Us macht halt richtig Spaß. Und es mit Freunden zusammen im Discord-Wise spielst. Dann mit... Mittlerweile geht es ja hier sogar um Standards mit 15. Für ihn ging das nur mit Mod, dass du da 15 eingestellt hast. Also... Mit 10 bis 15 Leuten... Discord-Wise... Das kann ich schon echt noch machen. Schaut euch meine anderen 100 Among Us Parts... Plus Teams... An die ich auf YouTube... Archiviert... Gibt's... Gibt's großartige Parts, die ich hochgeladen habe. 100 durchnummerierte Parts... Also 1001 jetzt hier... Mit dem hier... Communications... Ach, Downloads Task... Sehr schön... Nächste Task glaube ich am Waffenschrank... So... Schön... Das hat die Ding... In der Kitchen... Der Burgerblick... War das drüber? Ja... Äh... Brötchen... Salat... Patty Patty... Brötchen... Schon falsch... Okay... Blacky und Lost sind tot... Okay... Ja gut... Dann wissen wir wer der... Wer der Mörder war... Um... We're done... Ja... Ihr seid's beide... Bei drei Leuten... Einer hat sich enthält... Und andere... Das ist... Mich halt geliefert auch irgendwie... So... Burger... So... Patty... Tomaten... Zwiebel... An... Brot... Tomaten... Zwiebel... Patty... Sei komisch was... Die haben wir... Internet... Dings... Ich weiß nicht... Komm drauf... Weil es fährt... Hier war's... Ist gut... Haben wir hier nicht noch eine Task... Nein... Schau was... Eine Dusche... Der Impostor... Hoch hier... Hoch hier... Hoch hier... Hoch hier... Nein... Bitte... Nächstes mit meinen Tasks machen... Ich wünsche euch meinen Tasks bevor... Die anderen machen ihre Tasks nicht... So sieht's los... Kabel... Kabel... Warum bin ich noch nicht tot? Besiegt... Warum? Warum? Okay... Warum... Warum habe ich das geschafft? Okay... Ich würde mal sagen... Auf YouTube... Soll ich das... Wenn ich das... Als... 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 Als Video hochladen... Da bin ich nach oben... Abo... Oder das im Blog aktivieren... Kommentare schreiben... Lass ein Abo da... Schaut auf Twitch vorbei... Das tut mich regelmäßig live... Und... Ja... Haut rein... Ciao... Ja... 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 Ja...